ja hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und ja ihr seht richtig seit ewigkeiten endlich mal wieder bad wars minecraft bad wars seit ewigkeit mal wieder ja ja ich mache jetzt wieder seit ewigkeit mal wieder ein minecraft bad wars video und ich versuche gleich zu ninja bridgen hat doch sogar recht gut funktioniert bin ich ehrlich gesagt erstaunt davon nur bräuchte ich halt auch team kollegen die sich weiter in die mitte rüber bauen sonst funktioniert das nicht so ganz ich baue das bett auch noch mal schnell an so einer baut sich schon mal weiter koge ich gleich mal hierzu gelb rüber Ah! Ja! Ja! Ach ja! Ach ja! Ach! Komm, 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 ich schaff das! Hui! Soö hoffentlich kommt gerade keiner zu uns? Ja, sieht gut aus. Gib mir die Bronze, gib mir die Bronze! Okay, blau könnte gefährlich werden, wenn die da jetzt hinkommen. Wenn der jetzt nicht sonderlich auf mich... Ja, 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 komm, komm, komm. Okay, nice. Es kommt keiner zu uns, das ist gut. Bis jetzt läuft die Runde ja schon mal sehr gut. Ich baue sicherheitshalber einfach mal unser Bett noch ein bisschen grob besser an. Ah, genau deswegen. Ja, er ist unten. Yes. Was macht der Kollege? Bau nicht das Bett frei. Was mache ich denn? Mega verkackt. Ah, naja, passiert einmal. Ich habe auch gar nicht noch erwähnt. Ähm, hier Cake Arrow ist auch noch gerade in der Runde drinnen. Okay, das ist gut. Der Sprung ist möglich. Der ist auch möglich. Jetzt ist die Frage, ob ich durchkomme oder nicht. Sieht momentan noch gut aus. Japp. Oh, da wirft mir irgendwer Äpfel zu. Eine. Hier, Wolf Creek oder so hat sie geheißen. Er lebt tatsächlich noch und ich fall runter und unser Bett wird abgebaut. Och, nee, oder? Mann, 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 Mann. Komm, Cake, du schaffst das, ich spektate die Runde jetzt einfach noch. Ein grüner noch. Ein grüner, der bei uns das Bett abgebaut hat und noch zwei rote. Schubsen. Oh, snap. Komm, schubs ihn runter, schubs ihn runter. Schubsen. Nein. Nee, ich ghoste nicht. Ich muss alleine zurechtkommen. Okay, es ist aus. Hat sie zu wenig Blöcke oder wie? Sieht so aus. Gibt es unten keine Blöcke? Nee, tatsächlich nicht. Aber war trotzdem eine coole Runde. Drei Betten und dann wurde unser Bett abgebaut während ich runterfalle. Gut, dann gehe ich auch gleich nochmal in die nächste Runde rein. Ich mache jetzt einfach mal keinen Cut. Das sollte alles recht zügig gehen. Ich habe ja in letzter Zeit öfter gestreamt. Werde ich auch machen weiterhin. Äh, da kommt unter anderem auch Spiralcraft. Für diejenigen, die jetzt nicht auf Twitch verfolgt haben, aber auf YouTube und bei Spiralcraft dabei waren. Ähm, da streame ich da auf dem Server momentan. Hier und da. Ähm, aber irgendwie habe ich es halt doch schon vermisst. So einfach, einfach zu reden. Einfach so zu talken. In der Aufnahme. Keine Ahnung. Ich find's cool. Okay, in 10 Sekunden geht es los. So, Village ist eine recht coole Map. Hihihi. Vor allem, ich bekomme hier die ganzen Sachen. Und die nicht. Okay. Ich frage sie einfach mal, ob sie vielleicht das Bett mit Kisten einbauen möchte. Ich fall einfach mal runter. Was ist meine Taktik so? So, wo spawnt man nochmal in etwa? Ich glaub das war grob hier. So ganz grob. Ich versuche einfach mal nicht zu Ninja Bridging. Normal bauen. Damit kann man ja auch noch Erfolg haben. Aber es glaub doch nicht, das geht. Wow. Wie er mich tatsächlich da oben bekommen hat. So im Sprung. Naja. Oh ne. Grün hat nen Bogen. Die werden jetzt campen. Egal. Ich werd den mal kurz hoffentlich ausschalten. Genau. Perfekt. Ja. Was machst du jetzt? Hä? Leine, leine, leine. Jaaaa. Haha. Wie geil. Wie geil. Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhhh. Yes, 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 yes. Episch. Richtig gerackt. Oh es tut mir gerade aber ein bisschen leid für die. OK ne, eigentlich ist das nicht gerechtfertigt. Er hat versucht mich zu bow spammen. Och ne, Cake, das geht anders. Ich brauche noch mal zwei Eisen. So, sorry, aber ich wollte das einfach mal kurz machen. Einfach sicher ist sicher. Jetzt dominieren die Gelben in die Mitte, aber ich glaube, sie haben noch keinen Bogen. Ich wollte gerade nach oben zum Baum und dann rüber zu Gelb. Aber nein, der Grüne meint, er muss mich einfach runterschießen. Okay, ist verständlich. Ich habe sein Bett abgebaut, er ist wahrscheinlich ein bisschen angry. Aber ist trotzdem asozial. So, mal schauen, ob er diesmal ein Schwert hat. Hat er tatsächlich, und er hat es auch gebraucht und mich damit besiegt. Das gefällt mir nicht so gut, aber ich würde nicht Abby heißen, wenn ich das nicht auch noch hinbekommen würde. Stehen geblieben. Okay, Coke, Cake. Ja, zwar mit Cakes Hilfe, aber ich habe ihn darunter geschafft. Okay, gelb hat jetzt aber einen Bogen. Okay, ich habe eine schon mal unten. Ich hätte wahrscheinlich noch oben bleiben können, also ohne dass ich runterfalle. Ich meine, ich wurde kein einziges Mal getroffen, aber ich denke mir sicher ist sicher. So, Blöcke her. Ach, die sind auch am Baum um. Voll gemein, klauen die da meine Taktik im Prinzip. Ich wollte ja auch auf den Baum rauf. Ja, als ob ich nicht wüsste, dass du da bist. Aber es ist mir einfach mal egal, und ich renne einfach zu dir durch. Nein, nein, nein. Renn, renn, renn! Ja! Okay, sorry. Das war ein bisschen übertrieben jetzt, der Schrei. Aber ich habe mich gerade echt richtig gefreut. Es war so knapp. Ich meine, schau. Schaut mal im Chat. Abby wurde von Pixel Plays getötet und dann habe ich erst das Bett abgebaut. Das heißt, es war wieder so eine ultra knappe Situation. Wo es sich nur von Ticks unterschieden hat. So minimal. Ah, schade, schade. Ich nehme einfach mal ein Schwert und ein Brustpanzer mit. Vielleicht erreiche ich ja was. Hm, ich weiß nicht. Eigentlich sollten sie ihren Bogen haben, oder? Also ich bin ein bisschen verwirrt von denen. Ein Blauer lebt ja auch noch. Den habe ich komplett vergessen. Doch, der ist in der Mitte. Och, ne. Wetten da einen Bogen. Komm! Ey, der eine, der ist fast down. Der hat nichts mehr. Yes! Was, der lebt noch? Nein! Du lebst nicht mehr. Zum Glück bin ich noch kurz hier geblieben. Okay, Kegel ist gerade bei dem Blauen. Was ist mit dem los? Wahrscheinlich hat er einfach so... Er wollte, dass sie ein Glücksgefühl erlebt. Oder so. Oh. Ja gut. Ich wollte... Also ich habe das gesehen. Nur ich wollte eben... Es ist ein Block nach unten gewesen. Und da wollte ich dann so drauflaufen. Ich wollte so ein bisschen schräg, damit ich dann auf dem Block da drunter lande und dann springe, damit ich eine höhere Chance habe durchzukommen. Ist nichts draus geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich bin einfach drüber gelaufen. Passiert ja auch mal. Kann mich dagegen machen. Ist normal. Jedenfalls ist er alleine und er hat sein Bett nicht mit Kisten eingebaut. Das heißt, wir haben sehr sehr hohe Gewinnchancen. Selbst wenn Kegel aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht mehr viel machen sollte. Okay, ne der ist... der ist nicht gerade gut. Okay. GG. War ne coole Runde. Also waren... Also insgesamt... Das waren zwei sehr coole Runden. Haben mir sehr gut gefallen. Wenn es euch auch gut gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne eine positive Bewertung da lassen und auch was in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Ich weiß nicht. Ist es einfach so. Über Kommentare freut man sich. Auch wenn es nur irgendwie gutes Video oder was auch immer ist. Keine Ahnung. Über Kommentare freut man sich einfach am meisten. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, welches ihr seht. Kann ja sein, dass das nächste Video von euch nicht angeschaut wird. Im nächsten Video, was ihr von mir seht, da sehen wir uns das nächste Mal. Kann sein, dass es morgen ist. Vielleicht auch nicht. Ach, ich laber irgendein Blödsinn. He. Okay. Bis zum nächsten Video. Ciao.